Hallihallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Shenmigami Tensei 5. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Shenmigami Tensei 5. Beim letzten Mal haben wir hier die letzte Abszess in dem Gebiet platt gemacht, haben Dionzos geholfen, hier an der Stelle da Black Frost fertig zu machen und jetzt geht es weiter ins obere Gebiet, weil wir hier eigentlich schon alles gesehen haben, was man sehen kann. Zu Dionzos will ich übrigens nochmal sagen, es bleibt wahrscheinlich nicht bei ihm im Team, ne? Also ich habe mir seine Werte nochmal angeguckt und der ist jetzt nicht wirklich eine Bereicherung fürs Team, um es habenlos auszusprechen. So, in die Richtung hier will ich. Da muss ich irgendwie rüber. So, wie gesagt, äh, Konnet, haben wir hier in dem Bereich eigentlich schon alles? Als ich nach den Abszessen gesucht habe, komme ich hier nicht hoch? Okay, muss ich einen anderen Weg suchen. Ich brauche einen Weg nach oben. Das Gute ist, die kleinen Viecher, äh, rennen von mir weg. Mit kleinen Viecher meine ich alles, was nicht die Schibere ist. Oh, Kiste. Mit Black Frost Essence. Wo komme ich denn hier nach oben? Ganz gemein die Frage. Jetzt darf ich erstmal einen Weg suchen. Oder bin ich blind? Also blind bin ich sowieso gefühlt immer. Ein Exorzisten-Amulett. Wo komme ich da rüber? Oh, hier ist ein Miemann. Wieder acht Glorie mehr. Mal so gucken. Von da aus irgendwie. Wo komme ich da hoch? Das ist halt die Frage. Wahrscheinlich hier den Weg einfach komplett weiter lang, oder? Scheint zumindest so. Oh, Sequenz. Dann sei. Einander von der Japan-Branche. Oh. Er hatte trotzdem Bock. Wir helfen, die Sache zu beenden. Ja, wir wollen ihm Frieden bringen. Ich gebe immer wieder Worte. Okay, der Dämonenkönig. Okay, der Dämonenkönig. Den machen wir fertig. Ichiro Dazai, korrekt? Er, ja, ma'am. Hm. Okay, ihr seid nicht all. Okay. Hm, die wirkt immer so ernsthaft. Es leckt sich immer so leicht, ne, mit dem vorsichtig sein. Aber irgendwie schafft man es dann trotzdem zu sterben. Im Übrigen, letztes Mal, ne, bei der Absesse, ich habe mir das im Schnitt nochmal angesehen. Ich wurde halt wirklich gewonhitted, ne. Ich hatte noch volles Leben, ich hatte einfach nur Pech. Weil das Problem ist, man darf einfach keine Schwäche gegenüber dieser Licht- und gegen der Finsternis-Fähigkeit haben, weil man gewonnen werden kann. Ohne Typ 6 Aogami-Essenz. Noch eine neue Fähigkeit für mich. Äh, mal kurz gucken, ne. Ach ne, nicht hier. Essenzen. Typ 6 Aogami-Essenz. Göttlicher Fallring. Schwerer Allmachtsschaden bei allen Gegnern. Oh, äh, ich habe ja zur Zeit Megiddo bei mir drin. Das würde Megiddo ersetzen. Weil ich dann schweren Allmachtsschaden machen kann. Das würde ich mir gönnen. Hier ist übrigens so eine Statue zum Mitnehmen. Dann kriegen meine Kameraden wieder extremst 4 XP. So. Irgendwann eine neue Fähigkeit? Überschlag tritt. Bringt der was? Ne. Hm, ne Feuertechnik. Ne, lass mal bleiben. Oh, die macht eine Sucobus. Eine Idonesense. Aber die habe ich schon. Wenn man diese Appel-Technik irgendwie weitergeben könnte, wäre das prima. Weil die ist irre heftig. Die kriegt noch neue Techniken. Oh, und ein Schlafjuwee. So, und der kriegt einfach Fähigkeit. Ich habe denen jetzt keine Fähigkeiten gegeben, weil ich sowieso vorhabe, den auszutauschen. Ist da vorne so ein Well, mit dem ich mich teleportieren kann? Wenn ja, würde ich den gerne erst aktivieren. Ist das nicht der Kamerad von dem einen? Ja. Das ist der Kamerad von Yuzuru. Und ich sehe schon auf der Karte wieder nächste Absesse. Ich gucke nur, ob da so ein Ding zum Teleportieren ist. Nein, scheinbar nicht. Dann hole ich jetzt erstmal da hinten. Ich hatte mich gerade eben schon gefragt, was ist dieser rote Lichtstrahl? So, komme ich hier irgendwo hoch? Oder kann ich hier nur runterfallen? Ich glaube, ich kann hier nur runterfallen. Ne, hier komme ich, glaube ich, irgendwie hoch. Ne. Weil ich hätte gerne gewusst, wie man da hinkommt. Eventuell, äh, von der Seite irgendwie so rum. Das könnte ich mir vorstellen. Ich bin jetzt nicht den ganzen Weg runtergeplumpst, dass ich wieder klettern muss, ne? Na gut. Ich komme hier auch wieder raus. War hier inzwischen eigentlich niemand? Ich habe jetzt schon vergessen, beziehungsweise überhaupt nicht drauf geachtet. Ja, ich tippe mal drauf, dass man von der anderen Seite da irgendwie drankommt. Dann mal weiter mit den jungen Fähren. Hopp. Äh, ich habe da, glaube ich, irgendwas Rotes gesehen. Ich habe was Rotes gesehen. Ich bin doch nicht so blind, wie alle Menschen glauben. Ja. Hätte ich den übersehen. Ihr hättet mich angekeift. Ich weiß es. Ich hätte das jetzt schon in den Kommentaren gelesen. Bevor das Video on ist. Oh, guck mal, die Abszess ist direkt vor mir. Da komme ich easy dran. Frage ist, ob ich das richtige Team dafür habe. Um Gottes willen. Äh, ich brauche wahrscheinlich irgendwie Lichttypen gegen die. Ich rate nur, ich weiß es nicht. Ich kenne den Gegner nicht. So, gegen was seid ihr denn schwach? Äh, gegen Licht tatsächlich. Und Statusveränderungen klappen offenbar alle. Äh, ich könnte einen mit Hamaon angreifen. Eigentlich passt das Team dann. Oh, die sind ja recht schwach. Okay. Mahama! So. Weißdachenschlag. So, wenn man Glück hat, dann kann man sie one-hitten. Die mag ich halt, wenn man so eine One-Hit-Chance hat bei den Gegnern. Ich greife dann sogar damit extra erst die an, die gerade mehr Leben haben. So, weiter mal Hama. Eventuell habe ich ja mal Glück. Sind die Viecher überhaupt stark? Oh, die können sich gegen magische Angriffe schützen. Aber ansonsten scheinen sie nicht besonders stark zu sein. So, der in der Mitte hat jetzt gerade einen Schutz drauf. Das heißt, ich kann nicht mehr die... Äh, ich treffe alle Technik einsetzen. Wie der guckt, wenn der fast K.O. ist. So. So. Einer weniger. Wenn nur noch einer ist, dann ist Geschichte mit denen. So, ich mach mal Aramasa auf den da. So. Weißdraffenschlag auf ihn. Und jetzt muss ich noch einen physischen Angriff nutzen. War ich Zahnbrecher. Macht er nochmal weniger Schaden. Sonst gehört nicht, wie der guckt, wenn er im Eimer ist. Also, der Kampf, der war wirklich geschenkt. Der hatte ja gar nichts drauf. Also, die vier Viecher von der Abzesse. Richtig easy. Äh, Gottes Schuss sieben. Nice. Und das andere ist einfach nur Meisterfähigkeiten. So, da geht's gleich weiter. Aber erstmal... Irgendwie kommt man an diese Kiste dran. Ah, von da oben aus. Und hier ist auch eine Nebenquest. Na du? Hallo Mukoi. Was willst du denn haben? Einen Gitarrenklassiker? Äh, okay. Äh, einfach so... Verkaufsobjekte denen mal vorbeibringen. Kann ich irgendwann mal auskönnen so nebenbei machen. Oder das Zeug sammeln. Da sind Lamias. Die kann ich komplett ignorieren. So, dahinter ist bestimmt ein Miemann. Wir werden es nicht herausfinden, weil ich einfach direkt daneben gesprungen bin. Ist hier was? Bevor ich jetzt dann nochmal hinrenne... Und in die Tiefe springe... Gönne ich mir erst die Kiste und dann springe ich da hin. Zumindest versuche ich's. So, Erstkiste. Oh, diese Kupandas, die mal ein Boss waren. So, der Kampf war easy. Da war ein Mitama bei Belfigur. Wenn's okay. Äh, aber der war richtig easy tot. Also nicht mal der Rede wert. Kein Miemann hier? Das wär so ne typische Stelle, wo ich einen vermutet hätte. Okay. Wir sehen uns da oben. So, jetzt will ich aber auch mal langsam wieder so ne Drachenlinienquell sehen. Da oben ist eigentlich wieder eine Abszesse. Wollt ihr mich hier eigentlich verkohlen? Wie viele sollen denn hier noch sein? Kann keine fünf Schritte laufen, ohne dass da irgendwie ne Abszesse ist. Okay. Kiste. Mit ne Anubis Essenz. Hatte ich schon mal ne Anubis? Ich glaube nicht. Rieeeesch. Riech sogar richtig. Okay. Sind einfach verbrannt. Gegen den hab ich noch keine Chance. Und... Der ist noch viel zu groß. Ah, hier ist endlich ne Drachenlinienquell. Okay. Einmal weg der Schatten, bitte. Gottes Schuss war glaube ich, dass ich mehr Inventar habe, ne? Ne, dass ich zwei Dämonenplätze mehr habe. Okay. Äh, wieder ein paar Gloring-Kristalle, die ich mir sammeln muss. Ansonsten, Belfigur war dieses Toilettenmonster, was es auf dem Berg gab. Der hat echt viele Resistenzen. Oder er hat zumindest so halbe Resistenzen. Wäre keine Verschlechterung für mich. Also ich nimm mal die Resistenzen. Pause. Wenn ich dann gegen echt viel gewappnet bin, muss nur gegen Lichtgegner aufpassen. Die können mich dann immer noch one-hitten. So diese Meisterfähigkeiten, das sind halt so Sachen, die hole ich mir einfach so nebenbei. Ich weiß, die stärken meinen Angriff, aber halt nicht so extrem, dass es sich jetzt lohnt, durchgehend Gloring-Kristalle zu farben, nur um die Dinger zu haben. Die sind halt gerade für diese blauen Meatermas, wo man dann so Gloring-Kristalle nebenbei kriegt. Dafür sind die gedacht. Dass man sie sich davon holt. So habe ich genügend niemanden gefunden? Ne, genau einen zu wenig, ne? Und Geld habe ich auch nicht wirklich gefunden. So, mal gucken, wenn ich jetzt hier schon stehe, ne? Da ist eine Absesse auf jeden Fall. Da würde ich dann hinwollen. Also so rum. Okay. Ich würde sagen, wir machen hier dann beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.